Hallo und herzlich willkommen zurück in der Welt von Goonicon und der Rappelkiste von Rain Man. Weiter geht's also... Entschuldigung? Hellu, ja genau, du hast ja das letzte Mal noch gesagt, du kannst da noch mit dem Typen da reden, mit dem coolen Ärmel los. Genau, genau, weiter geht's mit A Way Out. Ähm, ja, ähm, da der andere Kerl da links von mir probiert immer noch sein Trizeps zu stärken, denn ich habe ja mit 20, habe ich ihn ja völlig in den Boten getrainiert. Ähm, ja. Genau, das sind die guten News, ne? Genau, ich habe hier ja diesen komischen Kerl hier und ich glaube, ich quatsche den mal an, okay? Mach das, ich schau mal zu. Äh, hallo? You guys seem to be enjoying yourselves. The sun is shining. What's not to like? Ähm, ja, äh, ist das dein Ernst? Ich stehe mir auf Regen. Ist ganz klar, da stehe ich mir auf Rain Man. Ja! Warum? Ich kreier dich in diesem schütten Ort. Plus, das Sonne ist nur gut, wenn du auf der Bühne bist. Just close your eyes and pretend. Close my eyes and the yard. Are you serious? Okay, das war's. Ich habe ja auch so ein paar Typen, die so hier rum sitzen. Ich habe die auch mal an. Hey, what you looking at, white boy? Oh. Yeah, you done cruised in the wrong neighborhood now, Cracker. Äh, hmm, eigentlich bist du ja mehr der Schlägertyp. Ich will hier keinen Ärger, deshalb tut mir leid, Jungs. Sorry, I thought I recognized you from Folsom. Hm, were you talking fucking wrong, motherfucker? Right, it won't happen again. Better not. Okay. Okay, ich habe ja hier den Auftrag zum Basketballfeld zu gehen und das tue ich jetzt mal. Oh. Mama, hallo? Let me go! There you are. Das ist der Scheißkerl. Oh, fuck. What the fuck do you want? It's not about what I want. It's about what Harvey wants. That piece you should better be happy, he's on the outside. He might be on the outside. But he still pays me good, huh? The fact is, he pays me really good to kill you. And I don't really like you. So it's a win-win-win situation for me. Yeah. Der alte Scheißkerl. Ich würde dir gerne helfen, aber... Hey, what the hell are you doing? No, 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 no. Und in die Fresse, in die Fresse. Ah, gut, jetzt siehst du aber auch nur mein Bild, oder? Jetzt sehe ich dich. Ja, ja, jetzt... Oh, jetzt geht's los. Und was muss ich tun? Was muss ich los? Oh, nee. Entschuldigung. Krieg der vorne als gepasst. Oh, da, da, da. Ja, meine absolute Stärke mal wieder. Hm. Hi, 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 hi. Da habe ich voll versagt hier. Gleich nochmal. Ah, jetzt musst du nochmal. Oh, schau mal, ich bin schon. Ganzwahrscheinlich. Bam, 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 komm, das kannst du haben. Oh, bam, bam. Oh, oh. Was kommt denn hier noch für ein Scheißkerl dazu? Diese Dreckskerle greifen uns zu dritt an und wir machen sie alle, oder was? Oh, geil, komm, gib ihm alles, gib ihm alles. Oh, oh, jetzt geht's wieder los. Oh, der hat mich, der hat mich. Ach, was. Nix, da. Na, komm, hier. Oh. Oh, hey, hey, haba. Oh, schön einer reingezogen da. Ui, ui, was ist das für Karate-Kitt hier? Trinkt ihm alles nichts. Na, komm. Bam, bam. Oh. Oh, ne geile Kopfnuss. Und was kommt jetzt? Oh, die Spielverderber sind wieder da. Die Schiedsrichter, ne. Ich weiß gar nicht, was die haben. Und alle in den schönen Anzügen. Oh, das war jetzt, das war jetzt nicht so nett. Du bist die 34, 65, okay. Ne, ne, du magst mich nicht. Ne, das war jetzt nicht so toll, aber okay. Aber den haben wir ganz schön gegeben. Weißt du, was ich total cool finde? Was denn? Diese, äh, diese Schnitte, dass, egal, dass du dran bist, dann wächst das Bild wieder zu mir, dann bin ich dran, dann wieder rüber, das finde ich total geil. Absolut. Jetzt natürlich, du kannst du sagen, du hast sozusagen in einem Game ein Let's Play. Ich spiele das Spiel zwar auch mit, aber ich kann dir dabei zuschauen. Ja, das ist, äh, mal was Neues, absolut. Und da kannst du dich wieder frei bewegen, das ist halt schon auch cool. Mhm. Aber das, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist, was etwas mühsam ist, linke und rechte Maustaste, das ist so klein angeschrieben. Am Anfang wurde ich völlig überrumpelt. Ja, das, das glaube ich, das. Hey, ist jemand zu sprechen? Nein? Nein, ich höre niemanden. Die wollen mich hier nicht... Hast du wieder Ärger bei dir? Natürlich, wie immer. Die wollen mich hier nicht durchlassen. Gewalt anwenden! Ähm. Ihr Gehör verbessern erstmal, ne, oder? Ja. Oh, sorry, ich kann's nicht lassen. Hey, was hast du das gesehen? Oh. Ja. Gehör mit mir, wenn ich hungry bin. Sure, sure, damn, Mann, go ahead. Dann packt er mal die Zuhälter-Schelle aus. Aber ich kann immer noch nicht durch, ach so, jetzt, ja. Ach ja, übrigens, es gibt, ich glaube, es gibt Blumen zu fordern. Hey, hier, wirst du mein Essen? Ist nicht so lecker, Kassel. Hallo, kleine Junge. Okay, mal weitergehen. Schau doch dieses Loch an, oh Gott. Ist das alles? Ja, was du denkst, das ist? Oh, was ist los? Oh, der kommt schon wieder, Achtung. Da geht schon wieder los, da geht schon wieder los. Ich komme, ich helf dir. Oh. Au. Mann, das geht ja richtig zu und her hier. Ähm, ähm, ähm. Wow. Rein der Küche. Ich muss mich bereit halten hier, fast. Oh, geil. Boah, der Drecks, girl. Warum schmeißt er das, gerade, wollte ich sagen, warum schmeißt er nicht einfach das Messer und was tut er? Oh Gott. Oh, oh. Verdammt. Oh, du kannst mir so Sachen anschmeißen. Oh, ja. Meine Fresse. Ich komme nicht mehr weg. Ich glaube, ich habe das, was ich jetzt nicht bin, weil ich glaube, oh. Was ist denn, wieso geht das nicht? Rechte Maßstab, ja, genau. Das habe ich doch getrunken. Ich glaube, ich glaube, die sind bei dir schon zu nahe dran, irgendwie. Ach, jetzt. Da muss ich draufbleiben. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Nein, 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 nein. Schön lieb sein. Boah, dieser Scheißkerr, was soll das? Da könnte ich jetzt, oh. Da könnte ich jetzt Body richtig gut gebrauchen, außen so Slaps and Beans. Oh, oh. Oh, oh. Ja, und du hast ja auch wie Terence Hill bereits die Pfanne geworfen. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Der haut da einfach alle nieder. Der Typ spinnt ja. Der hat gerade den Werte abgestochen. Oh, aber jetzt gehen sie mordlich. Ja, jetzt hat sie ihn ausgehängt, ne? So. Jetzt so. Oh, verdammt. Ja, okay, die haben seinen Kumpel einfach so niedergestochen. Ich meine, hallo? Das ist definitiv... Hallo, Süße. Shit. Ich haue diese Dinge. Hast du nicht die schlechte Dinge, die hier zu bemerken? Just bemerkbar. Schon ein wenig wie Breaking Bad? Oh. Nicht Breaking Bad, Entschuldigung. Ich bin alles klar. Just lay down and rest for a while. Ja, ja, ja. Hast du Breaking Bad gesehen? Ich leider nicht. Doch, doch. Ganz geiles Ding. Aber wie heißt nochmal die Serie, wo die beiden Breast... Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Prison Break. Prison Break, natürlich. Ja, genau. Ja, Prison Break stimmt. Uh, ich sehe da... ...ne Waffe auf dem Bett oder sowas. Oh, und die Koteletten, Mann, oh, Mann. Hey. Ich bin Leo. Vincent. Hör, danke. Ich bin Leo. Ich bin Leo. Ich bin Leo. Was ist dein Lieblings mit dem Mann? Uh, ich sage nur, dass es eine lange Geschichte ist. Aber keine Worte über ihn. Er ist aus der Bildung, jetzt. Könntest du mir ein favorit? Wie, was? Es ist etwas, was ich brauche. Was ist das genau? Nichts, Mann. Es ist einfach. Ich muss nur, dass du meine Beine wachst, während ich es bekomme. Das ist alles. Du bist also sozusagen mein Goom? Entschuldigung, nicht interessiert. Du wirst mal wieder nur auf Ärger aussehen. Was? Du kannst nicht nur rausgehen. Natürlich kann ich es. Wir werden beide in der Hälfte enden. Ich habe keine Wahl. Okay, okay, ich helfe dir. Nur nicht getroffen. Okay, behalte deine Augen scharf. Ja. Keine andere Wahl. Es scheint mir so, als hätte ich doch keine andere Wahl. Also ich bin irgendwie getrieben hier auch all die Scheisse durchzumachen. Warte mal kurz, warte mal kurz. Ich probiere mal. Ich muss ja irgendjemanden ablenken. Okay. Ja, aber war noch kurz. Oh, Entschuldigung. Ich rufe mal die Schwester. Ja. Mir ist zu heiß. Ich bin voll zugedeckt. Okay, da kann ich dann die Schwester. Da muss ich jetzt wohl rausgehen, jetzt, ne? Ich glaube, sobald sie da vorbei ist, kannst du versuchen. Ja, okay, ich gehe mal raus. Aber da draußen ist noch eine Wache. Was? Eine Wache? Nein. Oh, ich könnte mich verstecken hier. Was verstecken? Wo denn? Ähm, was soll ich auswählen? Kann ich etwas Wasser haben? Oder wann kann ich die? Werkzeug tun? Ich gehe mal... Oh! Ich nehme mal Wasser. Ich gehe mal weiter hier, ne? Ja, ich... Ich habe sie gerade um Wasser gebeten. Wahrscheinlich wird sie jetzt dann rauskommen. Oh nein, das Wasser ist gleich da. Aber was ist denn mit der Wache jetzt? Wie, wie... Ähm... Warte, bis ich das Glas habe. Vielleicht kann ich damit etwas anstellen. Okay. Oh, die Wache geht weg. Jetzt kann ich weiter. Na, komm. Ich hoffe, ich werde dich nicht bemerken. Natürlich nicht. Das ist mein Job. Oh, man sieht schon... Äh, also meine... Sie ist... Sie ist schon ganz okay, ne? Dazu sage ich jetzt mal nicht. Warte, warte, jetzt kann ich was machen. Oh, ich kann nicht... Oh, oh. So, äh... How did you end up working in a prison? Okay, du musst sie ablenken. Ihr habt das... Ah, jetzt. Jetzt kann ich weiter... Ich habe das Glas runtergeschmissen. Na, ich gehe weiter. Ich rede mal weiter. Was ist das jetzt? Oh, verdammt. Was denn? Sie hat dich erwischt. Ja, aber wieso denn? Das weiß ich jetzt gerade auch nicht. Das... Ich... Ich war ja schön in Deckung. Okay, nochmal. What can I do for you? Oh, ich wüsste ja schon was. Ich versuch's nochmal mit dem Wasser. Ich gehe mal weiter. Ich gehe mal... Na, komm. Thanks. Jetzt muss ich natürlich hier unten bleiben. Okay, komm schon. Ja. Ich kann hier schön durchschleichen. Okay. Ich bin mal eine Ecke weiter. Ich scherde mal nach vorne. Jetzt musst du... Jetzt musst du kurz warten. Ich werfe hier wieder das Glas runter. Und dann musst du warten, bis sie es aufwischt, damit sie eigentlich geduckt ist. Denke ich zumindest. Aber was machen wir denn jetzt schon rein? Und was machen wir mit der Mache? Oh. Oh. Ja, du musst... Jetzt musst du kurz warten. Sie muss das aufwischen hier. Irgendwas mit der Garten, äh, mit dem... Oh, geil. Jetzt kann ich gehen. Komm, komm. Jetzt kannst du das. Jetzt geht, 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 geht. Da komm schon. Geh schon. Wieso geht er nicht? Was soll das denn? Wie geil, dass das im Hintergrund aussah. Okay, ich bin da in Deckung. Werkzeug stehen. Na, komm. Okay, jetzt... Ich habe mich noch... Ich habe mich noch geduckt hier. Nicht fast, genau. Ja, okay. Okay, jetzt muss ich wieder zurückkommen. Uh, die Wache kommt. Okay, die Wache geht weg. Die Wache geht weg. Okay, schon mal ein Problemchen. Das heisst, jetzt aufpassen, die Schwester. Kann ich jetzt rüber? Ich bin am verhungern. Warte, warte, warte. Ja. Okay, versuch das. Das ist echt geil hier. Das ist... Boah. Aber was... Was ist denn mit dem... Was ist denn mit dem anderen... Mit dem anderen Gefangenen hier? Soll ich da noch irgendwie den anquatschen? Oder soll ich da... Nee, nee, ich glaube, das ist... Das ist kein... Ist das ein Gefangener? Das ist doch mehr so ein... Nee, beim Büchergestell, da ist ein Gefangener. Meinst du, ist das nicht so ein Reparatur-Typ? Ach so. Jetzt habe ich verpasst, was sie mir gesagt hat. Ja, die bringt dir nochmal Wasser. Und sie haben da ein Loch im Wasserhahn. Siehst du das? Das Wasser kommt... Oh, ja, ja, ja. Ja, nee. Oh, die Gart... Die Wache kommt wieder. Ich muss, ich muss... Ich muss... Äh... Ach, nee, das ist mein Schatten... Entschuldigung. Das ist mein Spiegelbild. Warte, 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 warte. Kannst du sie nicht... Kann ich denn jetzt nicht drüber schleichen? Jetzt kann ich doch hier rüber. Versuch mal. Ja. Ja, und dann wieder runter. Okay, und jetzt geh ich wieder runter. Jetzt musst du einfach nahe der Wand entlang, genau. Ja, jetzt komme ich da... Weil ich kann gar nichts mehr tun. Jetzt komme ich da wieder rüber. Jetzt komme ich aber nicht mehr ins Bett rein. Das sind doch die Jalousien zu. Das sollte schon gehen. Okay, okay. Jetzt bin ich wieder zurück. Hier mal schauen, dass dann niemand kommt. Nein. Ich kann einfach wieder rein, ne? Ja. Das tue ich jetzt. Komm schon. Wieso hängt der denn jetzt? Mal reingucken. So, hängt der einmal reinlumpsen, oder was? Was? Entschuldigung. Mein Liegen. So, Job erledigt. Gut gemacht, Junge. Finchi, Dankeschön. Das war Martin Würbel. Das war Martin Würbel, ich würde sagen. Mensch, Raymond, ich kann ja sagen, das geht ja schon ordentlich los hier. Mein Puls, ich sage es hier. Mein Puls, oh Gott. Oh, und jetzt werden wir auch noch... Jetzt werden wir auch noch... Was? Was macht denn jetzt? Hey, was hast du gemacht? Nichts. Wo geht's los? Ja, sicher. Und wie geil, dass ich da weitergehe. Ah, natürlich, weil ich durchsucht wurde, musstest du es jetzt hier runterwerfen. Ja, also hier draußen auf dem Fensterbrett, auf dem Vorsprung, habe ich es hingelegt. Das war das Werkzeug. Oh, das können wir sichern. Das können wir bestimmt hier von der Tribüne aus, oder was das ist, können wir das holen. Natürlich nehme es mich noch Wunder, was du damit noch vorhast. Ja, das werden wir mal sehen. Jetzt mal schweigen hier. Also, uns meinte ich. Also, was ist dein Plan? Uh-huh. Entschuldigung? Ich weiß, was du bist auf. 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 Okay. Like I said, I can handle myself. What about Harvey then? What the fuck do you know about Harvey? Who you been talking to? The walls are thin in here. Am I supposed to believe that? Let's just say that you and me have something in common. We both want him dead. You don't know shit about me, man. Maybe not. But Harvey killed someone very close to me. With or without you, I'm going after him. But I'm pretty damn sure our chances would be a lot better if we weren't together. And you know that. Okay. Also... Da würde ich sagen, da haben wir uns mal ordentlich vereint. Sieht noch nicht so aus, aber okay. Mal sehen. Es klingt zumindest so, als wäre... Also ich frage mich zumindest, ob das Spiel wirklich nur darum geht auszubrechen oder ob wir uns diesen Harvey auch dann krallen zusammen. Ich könnte es mir schon vorstellen, ja. Und ich bin ordentlich am Grübeln hier. Es lässt mich nicht schlafen. Das, das, das ist... Och. Puh. Und ich bin Mandala mal neben mir. Aller Anfang ist schwer, würde ich sagen. Ja. Das ist mein Plan. Und ich entscheide, was runter geht. Du hast das? Klar. Alles klar, was du sagst. Ich meine es, Mann. Du hast das geklappt. Ich werde dich selbst töten. Ja, ich verstehe. Also was ist dein Plan? Du wirst schnell genug wissen. Oh, ich liebe das Spiel jetzt schon. Ich liebe es. Oh, cool, cool geschnitten. Wirklich geil, ja. Ja. Ich schaue gerade auf die Uhr, wie spät es ist. Yep. Ich sehe schon bald Zeit für ein kleines Boot. Was ist denn jetzt los? Hey, Leo. Du hast wirklich nicht wirklich einen Wegbewerb, hast du? Was sagst du? Was sagst du? Natürlich habe ich das. Du hast eine Idee. Ich gebe dir das. Ich habe dich raus, nicht wahr? Was bedeutet, dass du mich raus hast? Wir sind zusammen. Ja, ja, sicher. Aber wenn es nicht für mich gewesen wäre, dann wäre du noch da drin. Nicht vergessen, dass ich deine Scheine schraubt. Zweig. Ich weiß nicht, dass ich meine Scheine schraubt. Aber ich gebe dir das. Es hat mir geholfen. Ein bisschen. Vincent. Ein bisschen. Genau. Genau. Also, das ist ein wenig verwirrend. Aber okay. Scheint mir so, als würden Sie die Story nochmals erzählen. Dann... Fred? Hast du einen Moment? Ich habe mich nur wunderschauen, ob wir ausgebrochen sind oder ob das nach unserer Haftstrafe ist. Aber ich denke, wir kommen hier schon irgendwie raus. Müssen wir halt erwarten. Okay, wir müssen also hier aufs Dach rauf. Haben schon bereits bezahlt. Und was ich auch geil finde, bezahlen ist für mich kein Thema. Das kann ich gut. Schmierlacken. Scheiß Kerl. Das Knastleben. Ist also schon... Oh, Entschuldigung. Okay, ja, und jetzt wird es Zeit für ein Päuschen. Ja, ich glaube, da müssen wir mal eine Aufnahmpause einlegen. Denn ist ja schon viel passiert, nicht? Also... Ja, ist einiges los. Das läuft schon. Wir haben bereits die ersten Wachen geschmiert. Wir haben bereits eine Waffe oder ein Werkzeug bereitgelegt. Erste Teamwork. Ganz geil. Wir haben uns... Wir sind uns etwas näher gekommen. Oh. Oh nein. Oh, ja. Und wir sind in Scheiße getreten. Oh, wir sind in Scheiße getreten. Genau. Nein, okay. Also, ich glaube, hier an dieser Stelle mal eine Aufnahmpause. Gleich geht es weiter. Ich würde sagen, Way Out. Ein Spiel, das sich echt lohnt. Das Spaß macht. Wir müssen da aufs Dach rauf. Ja, der Plan, was auch ganz wichtig ist. Es ist mein Plan und du hast hier einfach zu helfen. Oder wie? Ja, sieht so aus. Okay. Ja, dann würde ich sagen, war es das für diese Session. Ich danke dir. Und ich sage mal Tschüss und Ciao aus der Welt von Goonicon. Und überlasse dir die letzten Worte. Ja, ich gebe den Dank zurück. Way Out wirklich hat mich sehr getriggert. Auch die ersten paar Aufgaben hier. Also, da geht noch was. Finde ich cool. Bin gespannt, wie es weitergeht. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Bis dahin. Bleibt anständig. Und bis dann. Tschüüüü. Tschüss. 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 Tschüss.